Die Legalisierung von Drogen ist etwas, das für mich in der Politik sehr wichtig ist. Vor allem jetzt, kurz vor der Wahl, lese ich viele Kommentare, die behaupten, es gäbe viel Wichtigeres als Cannabis zu legalisieren. Warum hier die Wichtigkeit der Legalisierung oft unterschätzt wird, werde ich nun erläutern. Zur Belustigung lese ich erstmal einige Kommentare vor, die eine solche Meinung vertreten. Ihr Affen, es gibt genug andere Sachen, die sich in unserem Land ändern müssen. Dann verpisst euch doch dahin, wo Gras legal ist. Ach warte, da bekommt ihr sicher keine Stütze und müsst für euer Geld arbeiten gehen. Okay? Wenn ich so durch die Kommentare scrolle, sehe ich überall die Frage, ob Cannabis legalisiert wird. Jungs, es gibt Wichtigeres als Drogentrips. Natürlich gibt es Wichtigeres als Drogentrips, aber viel zu oft wird das Problem nur darauf reduziert. Es wird so getan, als wären alle Cannabis-Legalisierungsbefürworter eine Gruppe, die sich jetzt gerne mit Cannabis berauschen will, aber das nicht kann, weil diese Droge verboten ist. Für mich persönlich gilt die Aussage schon mal gleich doppelt nicht, weil ich Cannabis-Patient bin und das Wicht sowieso legal bekomme. Aber selbst für diejenigen, die nicht legal Cannabis besitzen dürfen, gilt diese Behauptung nicht, weil es in der heutigen Zeit einfach so fucking einfach ist, Cannabis aufzutreiben. Jeder, der es konsumieren will, tut es auch. Es geht also nicht darum, dass wir es konsumieren wollen, sondern dass es sowieso Millionen Menschen hier in Deutschland tun, aber nicht dafür bestraft werden sollten. Dass hier Millionen Leute bestraft und verfolgt werden können, die im Grunde nichts Verwerfliches getan haben, ist wohl die Essenz des Problems. Die ungerechte Bestrafung von tausend Menschen klingt doch gleich viel besser als die Kiffer wollen endlich kiffen. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, warum die Legalisierungsfrage einen Vorteil hat gegenüber anderen politischen Fragen. Es gibt nicht viele andere politische Aspekte, wo es so eindeutig ist, dass die Legalisierung der richtige Weg ist. Aber soll man, dass es nicht sehr open-minded? Es gibt doch auch wirklich gute Gründe gegen eine Legalisierung und letztendlich haben doch irgendwie beide Seiten auf ihre Weise recht. Nein, es können nicht beide Seiten recht haben. Ich will nicht sagen, dass eine Legalisierung komplett ohne Nachteile ist. Mit Sicherheit wird man da auch an Probleme stoßen. Aber entweder mehr Leute leiden unter der jetzigen Drogenpolitik oder es gibt mehr Leid durch eine liberale Drogenpolitik. Eins von beiden muss wahr sein. Und die Beweislage ist hier wirklich so eindeutig, wenn man sich die Länder anschaut, in welchen eine liberalere Drogenpolitik herrscht. Andere politische Themen sind häufig viel komplizierter und weniger eindeutig. Flüchtlingspolitik zum Beispiel. Was sollen wir dagegen unternehmen, dass bei den Flüchtlingen viele Menschen dabei sind, die unintegrierbar scheinen, da sie zum Beispiel ein komplett anderes Frauenbild haben? Sie durch Integrationsmaßnahmen bekehren? Alle nach Hause schicken? Ist das unfair für diejenigen, die sich vielleicht hätten integrieren können? Und selbst wenn die Menschen nicht integrierbar sind, haben sie es verdient, in den Kriegsgebieten zu sterben? Nach welchen Kriterien sollen wir entscheiden, wen wir hier behalten und wen wir wieder zurückschicken? Steuern. Sollen wir die Reichen dazu zwingen, horrende Steuern zu bezahlen, um die Spalte zwischen Arm und Reich zu reduzieren? Ist es fair, ihnen einen so großen Teil abzunehmen, obwohl sie das Geld eigenständig verdient haben? Ab wann ist man so reich, dass man mehr Steuern zahlen sollte? Wird eine Steuererhöhung bei Reichen dafür sorgen, dass sie ihre Unternehmen ins Ausland verlagern? Sind sie dann weniger motiviert, ihren Angestellten ein gutes Gehalt zu zahlen, weil sie mehr an den Staat abgeben müssen? Aus meiner Sicht keine einfachen Fragen, bei denen sehr viel kompliziertere Lösungsansätze gefragt sind als in der Drogenpolitik. Folgender Punkt ist allerdings der wichtigste und unterschätzteste. Eine Legalisierung von Drogen oder Cannabis hat auch Auswirkungen auf sämtliche anderen politischen Bereiche. Was sind denn so andere politische Bereiche, die angeblich wichtiger sind? Oh, die alten Menschen bekommen zu wenig Rente. Es wird nicht genügend für das Schulsystem getan. Die Spalte zwischen Arm und Reich wird immer größer. Es gibt zu viele Arbeitslose bzw. Geringverdiener. Die Flüchtlinge kosten uns zu viel Geld. Griechenland kostet uns zu viel Geld. Es muss mehr für die Umwelt getan werden. Die Polizei ist überfordert. Was tun wir, um die Kriminalitätsrate zu reduzieren? Auf alle diese Aspekte hat eine Cannabis-Legalisierung bzw. eine Drogen-Legalisierung einen positiven Einfluss. Ihr glaubt mir nicht? Der einfachste Punkt ist natürlich das mit der Polizei. Wenn man Drogen legalisiert, kann diese sich um wirklich schlimme Verbrechen kümmern. Diese könnten sich durch eine Legalisierung ebenfalls reduzieren. In Washington sanken die gewalttätigen Verbrechen seit der Legalisierung sogar um 10%. Wobei ich hier fairerweise auch sagen muss, dass andere Quellen auch behaupten, dass solche Verbrechen in manchen Staaten in bestimmten Jahren auch seit der Legalisierung gestiegen seien. Ob es überhaupt einen bedeutenden Zusammenhang zwischen Legalität von Cannabis und solchen Verbrechen gibt, ist definitiv nicht zu 100% geklärt. In den anderen Punkten kann man das aber schon eindeutiger sagen. Zu wenig Rente, Spalte zwischen Arm und Reich, Arbeitslose, zu viel Geld für Flüchtlinge oder Griechenland sind alles Probleme, die mit der Wirtschaft oder einem Mangel von Geld zu tun haben. Colorado macht seit der Legalisierung so viel Geld, dass sie nicht wissen, wohin damit. Nirgends in den USA ist die Arbeitslosigkeit geringer als in Colorado. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,3% unterbietet Colorado den Durchschnitt der USA von 4,3% bei Weitem. Sie liegen sogar weit unter der 3,9% Arbeitslosenquote von Deutschland. Wenn man eine Droge legalisiert, eröffnet sich dadurch eine komplett neue Industrie mit neuen Unternehmen, Arbeitsplätzen und mehr Tourismus. Die zusätzlichen Steuern kann man dann bestens dazu verwenden, um die Rente zu erhöhen oder in sonst irgendeinem Bereich einsetzen, wo noch Unzufriedenheit herrscht. Und sogar im Bereich der Umwelt kann die Hanfpflanze aushelfen. Papier oder Kleidung aus Hanf herzustellen ist viel ökologischer als aus Bäumen, vor allem, weil die Hanfpflanze viel schneller wächst. In meinem Amsterdam-Video zeige ich euch etliche weitere Sachen, welche man aus Hanf herstellen kann. Und hier auch noch weitere Beispiele, für was man alles aus Hanf bauen kann. Hier dieser Gitarrenbody, der ist auch komplett aus Hanfplastik. Ein Skateboard komplett aus Hanfplastik. Und hier diese Schuhe von Adidas, auch aus Hanf. Man kann alles aus Hanf bauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Themen gibt, die genauso wichtig sind wie Drogenlegalisierung. Vielleicht gibt es sogar welche, die ein bisschen wichtiger sind. Das Thema spielt in jedem Fall aber ganz oben bei den wichtigen Problemen mit. Eine Partei nur nicht zu wählen, weil sie gegen eine Legalisierung von Cannabis ist, ist eine vollkommen vertretbare Haltung, welche ich auch habe. Von den bekannten Parteien sind eigentlich nur die AfD, NPD und die CDU komplett gegen eine Legalisierung. Die SPD hat dazu noch keine einheitliche Meinung. Klar, für eine Legalisierung von bekannten Parteien sind FDP, Linke, Grüne, Piratenpartei. Die wahrscheinlich drogenfreundlichste Partei bleibt aber die Partei, wenn man folgendem Werbespot glauben mag. Kokain auf Krankenschein. Sicherung des sozialen Friedens durch Ecstasy im Trinkwasser. Wollt ihr noch ein Video, in welchem ich ausführlicher beleuchte, wie die Parteien zu ihren drogenpolitischen Haltungen kommen? Oder reicht euch so ein kurzer Überblick wie gerade eben? Oder würdet ihr eine Analyse bevorzugen, wo ich die Parteien generell analysiere, also nicht nur den drogenpolitischen Aspekt? Zusätzlich würde mich interessieren, was für euch das wichtigste Thema bei der Wahl ist und ob euch Gesetzesveränderungen einfallen, die vergleichbar mit einer Cannabis-Legalisierung das Land auf einem so weitem Spektrum verbessern würden. Da ihr diesen Kabalen nicht wählen könnt, abonniert ihn auf jeden Fall und gebt diesem Video 5 Sterne.